So, heute kochen wir Augsburger mit Kartoffelpüree und Eierspeise. Da habe ich mir schon alles gekriegt. Natürlich gibt es ein fertiges Kartoffelpüree. Die Eier. Meine Zwiebelschneidemaschine. Der Zwiebel. Das kommt in die Eierspeise rein. Das ist halt eine knapper Nosse. Und die Knacker. Anfangen tun wir mit den Knackern. So, das eine habe ich schon geschönt. Jetzt schöne ich mir die anderen zwei auch noch. So, die Knackern sind schön. Jetzt wird er. Ich werde weiter vorbereiten. Stern Zwiebel. So,. So, da ist am mitwienen. Das war's. Das der Zwiebel nicht in die Augen brennt, ist selbe gut, wenn man das Leitungswasser aufträgt und in Zwiebeln anschwarzt, dann alles wird das in die Augen gleich gar nicht mehr weh. So, jetzt kommt wieder mein Lieblingsgerät zum Einsatz. Ah, da haben wir noch für einer dazu. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020